denn das ist wichtig das muss hinhauen und ich hoffe dass die stabilität hier gewährleistet ist was jetzt natürlich schon wieder nicht gewährleistet habe schlauerweise ich glaube die änderung mit einer ist drin ist drin glaube ich war meister oben reaction wheel wo kann sagen ja okay wenigstens dass es drin leberry ist drin das ding scheint stabil es woppelt zumindest mal nichts wenn ich dran rum klippe und dann geht es jetzt aber zur sache aber hart rcss go das nenne ich mal verzögert aber schubtechnisch in ordnung so diesmal klappt es auf jeden dass es vorhin gefehlt es war natürlich shit in der letzten folge aber na gut jetzt sieht es gut aus jetzt geht das ab aber sowas von das ding dahinten steht da immer noch dieses komische schild oder stein monolith whatever dingy steht da immer noch okay warte mal 26 sekunden bis die leer sind jetzt haben wir natürlich schub es fuck und wir müssen beim nächsten mal gucken dass wir das ganze noch hier mit größeren tanks versehen die aus einem stück bestehen aber gut oh man billy bopsle ist kein meter begeistert und leberry was er auch nicht wirklich what the hell what is wrong with all of you gut ist aber auch natürlich den wenigsten schubach egal macht nichts macht er nichts eine sekunde und bei das ist immer ein bisschen riskant ne so das sind schon mal zwei kilometer 100 meter die sekunde zu viel definitiv zu viel so ein bisschen mehr noch so weil sonst wenn wir zu schnell in der tiefen atmosphäre das ist dann natürlich mit der entwicklung die wir nicht wollen obwohl wir kaum mit zu entwickeln aber trotzdem ist wieder auch aerodynamisch ein bisschen schwierig wenn man zu schnell hier unten ist jetzt sehen sie wieder happy aus ich glaube deswegen hat er auch ebenso geguckt und wir fallen in die richtung warum auch immer fallen wir da rüber that is not nice not ne nicht wirklich das ist richtung osten fallen wir gerade da korrigiere ich erstmal nach so das ist nämlich sonst zu heftig zu heftig habe ich gesagt bleibt ihr da gut es wäre nämlich nice wenn ihr da bleibt so acht kilometer bald turnen da übelst 20 sekunden bei der way dann ist der shit leer steht da müssen wir doch definitiv hören sonst überschlagen uns warum wurden das so schnell verbraucht darf wir haben zu viel gewicht da oben das ist natürlich dafür gar nicht entwickelt gewesen okay kann wenigstens ein teil vom turn so klappt das das klappt definitiv nicht wir haben sehr viel gewicht da oben was wir vorher gar nicht eingeplant haben so denn so früh sollte das hier eigentlich gar nicht passieren okay dann müssen wir hier bleiben anders wird sich klappen das geht nämlich jetzt noch eine minute lang so ja das war dafür nicht entwickelt das unter der untere scheiß da okay cool ich hoffe es klappt trotzdem weil sonst haben wir ein problem oh shit naja gut noch fliegen wir nach oben aber nicht mehr lang wenn das so weiter geht so ist das schon vollgas ja okay eventuell müssen wir uns von der stage komplett verabschieden wenn das nicht klappt weil die apo abs ist kommt viel zu schnell nahe obwohl es wird ein ticken langsamer aber die ist schon hier 11,5 und fällt sehr schnell es kann sein dass wir das hier abspringen müssen denn wir scheinen nicht genug druck hier nicht dran zu haben obwohl das wird langsamer es wird langsamer vielleicht haben wir glück ich würde es mir wünschen wie immer dass wir glück haben destroyed what irgendeiner der parachutes wurde ex das ist doch scheiße junge welcher der geht noch der geht noch und der geht auch noch welcher wurde destroyed einer von denen wahrscheinlich aerodynamical forces my ass guck mal wir fallen eigentlich fast schon das ding packt es nicht obwohl ja doch er packt es schon gut dann müssen wir gleich direkt zünden und durchziehen weil sonst kommen wir hier nicht mehr vom fleck das nenne ich zu schwer da oben 6,5,4 eigentlich brauchen wir da die ganzen tank auch gar nicht ne und ja das war zu erwarten nichts desto trotz ist nichts passiert und jetzt zieht er uns natürlich hoch alter what is happening so also das war mal der geschissenste start seit langem really yes really vor allem wenn hier jetzt kaputte schirme dabei sind ist das auch nicht das non plus ultra die müssen wir kontrollieren wenn wir oben angekommen sind und jetzt verzieht er komplett ic ic nicht cool also das hat eben nur dazu beigetragen uns auf der höhe da zu halten ne oh man die werden so schnell leer die dinger ich hoffe das reicht alter das sieht schon wieder nach fehlstart aus ne aber vielleicht können wir es ja noch retten wenn nicht bauen wir da oben also machen wir den sprit da oben raus 14 sekunden naja naja möglich ist es okay gut wenigstens sind wir da draußen noch nicht ganz draußen aber das hat uns jetzt natürlich viel mehr schub gebracht die da unten die ist echt nicht optimal das ist unglaublich unglaublich ist es 60 okay mal kurz nachkorrigiere ups nicht zu weit sonst überschlagen wir uns wahrscheinlich sehr wahrscheinlich die fucking hält ja mal gar nicht so okay jetzt können wir hier auf jeden fall unser outcoming plan da was weiß ich da wie lange zu brennen bis wir da draußen sind ja das ist zu viel dort ist zu viel viel zu viel also 79 160 das ist immer noch vor der abo abs ist ähm 39 sekunden können wir damit natürlich versuchen wenn wir draußen sind wenn wir denn mal rauskommen aber das ist auch gleich der fall und es bewegt sich auf jeden fall jetzt schon mal besser auch ohne rcs was wir übrigens ausschalten können so okay und dann 39 sekunden da machen wir mal ein alarm reinkommen half burn 19 sekunden ne das war schon in ordnung so so ja so okay eigentlich brauchen wir das nicht das ist doch jetzt schon weil ich das rausgehauen hab so bei 19 sekunden dann vollgas in ja face ne leberry und billy bobsl und dann gucken wir mal was da kaputt gegangen ist wir haben jetzt natürlich niemanden dabei der es reparieren kann was eigentlich ziemlich beschissen ist und gebe ihm yeah ja ja thanks bye thanks bye und dann kommen wir auf jeden fall dahin würde ich sagen dat wird klappe ich hoffe es ähm jo das sieht gut aus weg bye okay jetzt haben wir natürlich das problem dass das hier sehr 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 viel langsamer brennt und wir schon an der Apoapsis vorbei sind ne sind wir nicht wir schieben sie vor uns her gut umso besser umso besser optimal ist anders aber wir schieben sie genau vor uns her guck mal awesome good dann wird es doch klappen dann wird es doch klappen allerdings ist die Stage damit auch direkt mal komplett geäst ne 300 Meter ja schon da müssen wir auf jeden fall gucken dass wir nur mit der Nuklear Stage reisen ist aber auch in Ordnung dann ist es nicht so overpowered ja das ist eigentlich okay so ja ja passt schon passt schon und wir sind draußen alles klar so endlich können wir Kurs setzen meine Güte was ist das eigentlich was ist das für ein Ding Asteroid Docking what the heck Moment mal was ist das achso das Ding natürlich das habe ich ja abgesprengt da war was da war was das habe ich ja abgesprengt okay dann ist gut erst einmal Fokus Kerbin vor allem hat er hier noch eine Manövernote am Laufen die können wir löschen so auf Kerbin komm und dann auf unser gerade gestartetes Schiaff Schiaff das da okay das ist Schiaff Switch 2 was Aufwand was ein Aufwand einfach was ist Spaß das läuft doch hervorragend so da sind die zwei noch drin dann das andere Ding löschen wir bei Gelegenheit äh da ist EF Sedestage und dann gehen wir von hier aus EF ist da 1200 jo alles klar 1200 von der Periapsis ja so gut wie war so Glück nicht ganz aber das ist schon mal was Addmanöver und raus da joik so da haben wir es natürlich das Problem dass wir das ganz schlecht kalkulieren können wie fern das bitte funktionieren soll so das ist raus das ist rein drin da geht es schon wieder zurück also da okay 1200 trifft ihr den auch mal irgendwie nicht warum weil er natürlich auf einer anderen Bahn liegt der Penis der Penis well 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 okay dann da und dann an der Ascending Descending Note da nächstes Manöver nach oben oder was 0,9 0,4 das war zu viel ja so alter naja gut 0,0 und dann offensichtlich Bremse auch ne Moment das Bullshit Gas gebe Gas gebe auch ne Bremse okay whatever und da ist er also noch nicht gut dann müssen wir den Burn eventuell um 1 verschieben ne die kommen sich nicht näher 5 Stunden 1 Tag 4 Stunden 1 Tag 4 Stunden 43 Minuten also quasi da aber irgendwie ist das immer noch nicht richtig wie sehr muss ich denn da noch bremsen dass das klappt bis hier nach da vielleicht noch oder was ne nach da okay ja das ist mal Encounter vom Allerfeinsten so wie es aussieht ja der hält ewig das schön gut also das müssen wir jetzt genauso fliegen in einem Tag 4 Stunden 52 Minuten kurz nach Kirby Neve aber wir haben natürlich jetzt kein Burn available jetzt ist die Frage ob es so genau sein muss weil der braucht für okay wir haben einen Burn von 963 Meter erstmal 973,8 Meter das wäre das und das zusammengerechnet richtig ja okay das sind dann 15 Sekunden 6 Minuten 32 6 Minuten 30 sind 6 Minuten 45 6 Minuten 47 durch 2 korrekt sind 3 Minuten okay gut sind 3 Minuten das stimmt also eigentlich nicht wirklich 7 sind 3 5 3 3 30 3 50 was labe ich ähm so 3 20 vorher 3 20 nachher dann kommen wir auf das genau 3 3 3 3 22 okay add add next 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 manöver 3 3 3 Minuten 22 add alarm so okay und dann gehen wir jetzt in die tracking station 2 2 2 1